So, moin Leute, herzlich willkommen hier in Unturned. Ich spiele jetzt relativ lang schon Unturned, das ist aber das erste Mal, dass ich es aufnehme. Ich habe vor einfach Unturns ein bisschen zu let's playen, bis ich voll wiegibs bin, playvoll und sowas. Ja, ich hoffe ihr schaut rein und euch gefällt das Video. Kommentiert einfach mal oder liked und dann, ich würde sagen, ab zwei Likes oder drei. Also wenn nicht Likes kommt, kommt der nächste Teil. Und, ja, wir spielen jetzt ein bisschen Ante und Juten erstmal ein bisschen in uns hoch. Und, ja, ein bisschen aufpassen, wenn die Tricks da vorne, die können nicht irgendwie gefährlich werden. Dann könnte man schleichen, im Geekf, dann könnte man schleichen genauso. So, ich habe vorgenommen so 15 Minuten Folgen zu machen, das ist glaube ich eine ganz gute Zeit. Ich habe nicht gesehen. Aua. Gut, dann muss ich jetzt mal eben wieder meine Erzene hochfraschen. So, das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Ja, das nehmen wir auch noch mit. Okay, das ist nachher weg. Okay, wir haben schon mal ein bisschen können, ist ja, dass es irgendwo steht, irgendwo einer. Weil die von den anderen gefehlen genau das ist keiner. Okay, ähm. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es hinterher fällt. Dahin. Lassen, tippen. Ja, die Zombies schaisen das hier, also das ist gut. Und ich gehe jetzt in die Polizeiwache. Und probiere, ob ich eben ein bisschen gut finde. Okay, das sieht doch schon mal eine Nahrkampfwaffe. Jetzt haben wir schon mal einen Hut. Zack, zack. Gruppermagazin. Tote. Magazin. Okay. Jetzt haben wir auch vorbeiteiten. Das sieht doch schon mal gut aus. So, das tat jetzt auch nicht weh. Ich muss jetzt mal eben was essen, was trinken. Gleich bin ich ja hier, genau. Hier haben wir schon was Besseres gefunden, als einen bescheidenen Schläger. Eine Axt ist nämlich wesentlich besser. So, dann nehmen wir mal die Hose. Das brauche ich nicht. Okay, ähm. Geh tot. So. Wie viel dann hindert der? Okay, ich bin schon mal drei Minuten. Ja, ich stelle das mal ein bisschen schneller hier. Ich muss vielleicht noch mal einen Rucksack finden. Aber irgendwie... Ich bin nichts. Ich bin eigentlich ziemlich gut gespawnt. Hier von der Military Base. Was ist der wohl? Ja, doch. Ähm, ich dachte, das ist immer noch hier relativ schwer. Ja, der Generator. Den brauchen wir erstmal nicht. Okay, ich nehme mal das Urteil mit. Because... Da ist nicht Platz dran. Okay. Ich müsste jetzt mal hier mal in ein Auto rankommen. Ich muss noch mal hier. Ich muss noch mal hier mal in ein Auto rankommen. Ich muss noch mal hier. Ich muss noch mal hier. Okay. Kann ich nicht weiter. Ich muss noch mal hier. Okay, ich bin jetzt mal hier. Ich muss noch mal. Das Ding ist weiter hart nicht. Oh, das ist ein Auto bestellt. Alles klar. So. Jetzt haben wir hier ordentlich Stoff. Stoff nehmen wir mal mit. Nein, deshalb baue ich nicht. Seile. Muss nicht sein. Das bin ich wirklich. Aber hier sollte ich unbedingt mal reingucken. In das Krankenhaus. Weil hier könnte was recht cooles sein. Falls ich jetzt leise rede, liegt darin, dass es jetzt noch relativ früh ist. Und dass meine Eltern noch schlafen und ich die nicht wecken möchte. Da. Ich habe ja geguckt, wo sind die jetzt denn. Vitamins brauchen wir, damit wir nicht an Vergiftung sterben. Von den Zombies. Okay, hier haben wir ein Dressing. Okay, alles ganz cooles Stuff. Ich muss was trinken. Ja, ich habe ja für Juice. Okay, habe ich hier noch was. Das ist in dem Moment. Okay. Liegt da drüben noch was? Da liegt Stoff. Auf Stoff können wir uns jetzt. Mit Vantage machen. Okay. Ich würde da vorne noch den Gunladen. Was ist das Ding? Das ist ein Sportclub. Das liegt jetzt in dem Markt genommen. Da oben liegt noch einer. Da liegt noch von Länge. Das ist noch eins. Dann nehmen wir auch mit. Okay. Leider keine Waffe. Aber ziemlich viel Munition. Okay. Okay. Dann haben wir hier noch was, ist die Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin jetzt aber hier in der Blendebahn geworden. Das war zur Military Base. Ah, ich habe noch keinen Rucksack. Ich brauche noch unbedingt einen Rucksack. Sonst brauche ich gar nicht zur Military Base fahren, weil da gibt es so viel loot. Ich brauche unbedingt einen Rucksack. Ist hier ein Rucksack? Ne, aber... Hier sind Chips. Schon mal ein Anfang. Ich glaube, ich habe noch einen Rucksack gesehen. Das hat zumindest so ähnlich aus. Apigree. Ah. Ne, nur eine Wutze. Ich nehme gleich den Wagen hier. Für den Abon. Ja. Schmeiß. 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 Hm. Ich kann das doch nicht mehr. Den jetzt an. Ah, der ist schon voll. Alles klar. So. Den aber reinholen. So. Den dann reintun. Und jetzt ab zur Militärie Base. Das ist ein bisschen losverkündigt. So. Ganz schön mit First Person. Das First Person war relativ neu. Was ich ziemlich cool finde. Denn das Gefängnis, da ist das, alles klar. Ich muss auch gerade ein bisschen gucken. Ich glaube, ich muss hier vorne nicht rechts. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist rechts, ja. Hier ist der Eingang zum Militärie Base. Oh, shit. Das ist eine halbe Familie. Das ist gar nicht gut. Das ist ziemlich probos. Warte, wir wollen weitergehen. Gut, gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. War das direkt hinter mir, oh mein Gott. Ich bin tot. Ah, ich bin gleich tot. Ja. Schade. Gut, dann war das erstmal mit der ersten Folge. Und dann kommt morgen die nächste Folge dann. Lass mal. Ciao.